Ich will eigentlich die Webcam auch öfter mal irgendwann einschalten, weil es dann einfach viel cooler ist. Weiß nicht. Dass ich halt eben auch Sachen mit Gesten oder irgendwelche Bilder hochhalten kann oder irgendwas. Dinge zeigen kann, die ich vor dem PC habe und nicht im PC. Wie ein Spiel. Covid-19 auch bei Kirby mit dem Mundschutz, ja. Wobei das Spiel ist auch schon älter, wann ist das rausgekommen? Steht das zufällig auf meiner Cartridge drauf? Von wann das Copyright ist? Nee, schade. Auch irgendwas Pan 80. Also Kirby ist auch schon saualt. Quatsch, was mache ich denn? Wir wollen ja eigentlich hier weiterspielen. So. Ganz weit unten. So. Zuerst bekommen wir also den Hamster. Ich dachte, es war zuerst die Eule. Habe ich mich falsch erinnert? Jetzt werde ich mich den Rest des Abends ärgern, dass die Cam nicht funktioniert hat. Ich werde wahrscheinlich nach dem Essen da sitzen und versuchen, das Problem zu lösen. Ich darf mich nicht beim Kochen davon nachher ablenken lassen. Ja, komm mal her. Nehmen wir mal den Schirm. Es ist aber, glaube ich, nicht gesagt, dass wir wieder den Schirm brauchen für den speziellen Schatz hier. Komm mal her. Du bist eigentlich gerade gar keine schlechte Idee, sage ich mal. Hier geht es doch bestimmt. Ah, wieder irgendein Miniboss. Naja. Wenn man es Miniboss nennen möchte, sind diese blöden Hasen. So. Jetzt tauschen wir mal. Gegen die Eule. Du hast ein fetziges Team da rein, erinnere ich mich nicht. Ich soll die Punkte da wieder hochfarmen? Oh Gott. Da sind wir eine Weile beschäftigt, ne? Aber, okay. Wir fangen mal damit an. Das kann ich gerne tun. Das mache ich mal aber als Extra-Stream irgendwann, nachdem wir die ganzen Welten durchhaben. Oh nein. Da war er schon vorbei. Naja, so 50.000 haben wir schon. Von 9 Millionen. So. Ich kann das gerne wieder hochfarmen, wenn ihr wollt. Pium. Das macht aber auch Spaß. Der brennende Eule. Hui. Bevor wir aber da runter gehen. Du hast einen Bumerang. Das hört sich auch nicht schlecht an, der Bumerang. Ha! Versteckter Stern. Der war genau der richtige Stern. Für wieder ein Level, äh, Leben ab. Hallo Yuki. Schön, dass du followst. Äh, äh, ganz knapp. So. Aber leider wieder nicht zum Extra-Leben hoch. Ah, schade. Muss ich erst wieder üben. Ein neuer Follower. Der Yuki, den kenne ich, äh, von der Elements-Community. Dem Discord. Der Discord-Community mit denen ich zusammen. Arc-Spiele. Da ist ne Tür. Da geht's aber auch irgendwie weiter. Hm. Muss ich durch die Tür oder nach rechts weiter? Aha, guck mal an. Aha. Da ist der Schatz. Da seht ihr's. Da brauchen wir aber eine andere Fähigkeit. Mit dem Bumerang geht's nicht. Vielleicht. Vielleicht war, ähm, weil das eine nach unten Attacke ist. Hoppala. Der, der mit dem Feuer gemeint. Was ist das jetzt wieder für ein USB-Anschlussteller? Das ist garantiert der von der Webcam. Ich zieh das mal ganz raus, dass das aufhört da. Um zu bimmeln, bis ich das gelöst hab. Nix dü-dü-düm. Ich steck nix ein. Hältst du mal die Klappe, USB? Ihr hört sie auch, oder? Irgendein USB-Anschluss dreht gerade wieder durch. Ich jetzt ruhe? Danke. Vor allem, wenn er hundertmal behauptet, wir würden irgendwas einstecken. Kannst du das mal lassen? So. Ist das die richtige Fähigkeit? Auch nicht. Dann vielleicht der Schirm noch unten. Der ging, glaube ich, auch noch unten. Da hat man sich so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gedreht wie so ein Brummkreisel mit der Eule. Aber so einen sehe ich gerade nicht. Gib mir deinen Schirm. Ah, nein. Ah, ich war zu langsam. So einen Schirm, 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 Schirm. Ich will so einen Schirm. Ach. Schirm. Auch nicht. Aber man hat so eine Wirbelattacke. Ah, vielleicht ist es das. Nein. Mir fällt gerade sonst keine andere ein, die noch unten ausgerichtet ist. USB-Anschluss. Lass den Blödsinn jetzt. Ist es auch nicht. Hm. Okay. Dann eben nicht. Dann bekommen wir diese Fähigkeitwand anders. Irgendwo anders. Ich hasse diese Stacheldinger. Wow. Habt ihr da einen Stern versteckt? Sehr schön. Also Bumerang ist es nicht. Schirm ist es nicht. Stacheln? Stacheln könnte es eventuell sein. Oh. Das könnte es sein. Aber jetzt kommen wir von hier nicht mehr zurück. Deswegen müssen wir gleich in den Level nochmal neu reingehen. Stachelköppi. Stachelköppi. Noch einen Stern. Gib her. Diese Blocker zerstören. Gab keine Punkte. Nein. Gegner waren das. Genau. Ich muss Gegner farmen, wenn ihr das wollt mit den 9 Millionen Punkten. Das kann ich gerne tun. Geh weg. Geh weg, Stachelding. Hier gibt es immer extra Punkte, dann gibt es Energie und weiter oben bin ich mehr sicher. Gab es ein extra Leben? Der Computer mobbt Griffi. Das hat er irgendwie... Das hat er irgendwie... Den... Nehmen wir den. So. Haha. Kann man ganz viel auf einmal töten. Okay, der kann man nicht töten. Aber wir können Punkte sammeln. So. Für unser Ziel. Ich weiß nicht mehr, wie viele Welten das hier insgesamt waren. Mehr als fünf garantiert. Und wir sind jetzt gerade bei der zweiten. Also mein Handy kann es auch nicht sein. Das ist es manchmal, dass mir so aus Versehen rausrutscht. Aber das habe ich gerade nicht eingesteckt. Was willst du da von hinten? So. Es tut mir leid, aber diese Geräusche werden sich wahrscheinlich den ganzen Stream hinziehen. Immer wieder mal. Ich hoffe, das ist nicht der von Controller. Das wäre ziemlich scheiße. Wenn der irgendwann nicht mehr geht, auf einmal plötzlich. Jetzt aber kommt... Nein, 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 ja, 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 ja. Ah, bis zum Maxi-Tomaten haben wir es geschafft. Ah, das war schon ein bisschen besser als vorher. So. Teil drei. Mit euch. Hier haben wir den Punkten. Hier mal her mit den Punkten. Die ersten drei Level sind, glaube ich, nur eine Einführung. Der drei Helferchen. Und danach kann man dann, glaube ich, selber gucken, was am besten passt. Ah, nein. Gib den wieder her. Mein Boomerang. Mehr von euch irgendwann runtergestützt. Dankeschön. Kann es auch sein, dass es vielleicht der Controller war. Ah, nein. Ich will da unten dran vorbei. So. Die Möglichkeit, ohne dass der uns weh tut, schmeiß deinen Schuh. Machen wir dich jetzt so. Oder auch nicht, weil wir nicht treffen. Dafür können wir jetzt den Schirm. Hier hätten wir die Eule halt wiederbekommen, aber die haben wir gerade. Der Schirm ist halt jetzt ein bisschen blöd. Jetzt geht es natürlich nach unten. Das ist gemein. Das ist gemein. Ich gebe den her. Dankeschön. Oh, einer noch und dann kriegen wir wieder ein extra Leben. Ich habe noch keins verloren. Ist noch nicht ganz so peinlich wie gestern beim anderen Kirby. Puh, weil ich so früh gestorben bin. Ah, nein. Kommst du wieder her? Du gibst mir keine Fähigkeit. Kriegen wir noch eine, die ein bisschen besser ist vielleicht als... Ja, Stacheln. Nehme ich. Der Bumerang war am besten. Nein. Ah. Kurze Verzögerung zwischen den Fähigkeitenanwendungen. So. Treffen muss gelernt sein beim Miniboss. Ja. Manchmal mache ich da auch ein bisschen. Treffen ist bei mir manchmal so eine Sache. Deswegen... Also Shooter könnte bei mir... Neh. 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 Wenn ich bei Ark meine... Wenn ich es schaffe, bei Ark meine Betäubungspfeile zu verschießen... Ist das schon... Nice. Deine Bomben interessieren mich so nicht. Komm her, Mama Schwein. Das ist gerade irgendwie eine gute Methode. Wahrscheinlich muss man eigentlich nur die Kleinen einsaugen. Und dann gegen sie spucken. Aber das geht auch. Ah. Ah, ich wollte sie noch einmal treffen. Das war nicht getroffen. Warum ist es hier eigentlich jetzt ein Wildschwein? Jetzt wechselt sie mittendrin so die Etage. Okay. Die Fähigkeiten machen natürlich nicht so viel Aua, wie jetzt ihre Kiddies nach ihr spucken. Das hört sich so falsch an. Komm her. Ah, nein. Den will ich gerne noch behalten. Weil es funktioniert gerade so gut. What? Ah, nein. Ey. Nein. Und er ist weg. Machen wir es halt so. Jetzt hat sie die Etage gewechselt. Dann machen wir es halt, wenn du irgendwo wieder rausguckst. So. Bevor ich doch noch eins verliere. Spiel mal Borderlands 3. Nein, danke. Da werde ich so ablosen, dass ich wahrscheinlich keinen Bock habe. Irgendwann so nach ein paar Spielen. Ah, ich bin echt nicht so der für sowas. Für schießen oder so. Ich bin echt ja nicht so. Ich bin echt nie so. Ich bin echt klar. Ich bin echt Dich. Ich bin echt sicher. Ich bin echt nicht so der für Schnell, denn da ist es ein bisschen wie möglich ist. Das ist es ein bisschen zu sehen.